Der Traum ist ein Stück Realität, das du ganz bewusst betrachten kannst. Der Traum ist genauso bedeutungsvoll wie ein Eindruck aus der Außenwelt. Er ist eine verzerrte Spiegelung der Außenwelt aus der Innenwelt, zurück zu deinem Bewusstsein, aber nicht mehr. Betrachte die Spiegelung, aber sei dir darüber klar, dass der Spiegel nicht die Wirklichkeit selbst ist. Der Traum ist nur eine verzerrte Reflexion. Die Wirklichkeit wird im Traum fantasievoll, kreativ reflektiert. Du kannst das malen, in einem Gedicht wiedergeben. Dann entsteht eventuell ein Kunstwerk. Kunst ist nicht die Abbildung von Wirklichkeit, sondern eine schöpferische Reflexion der Realität. Du bist der Spiegel. Ein Eindruck gestaltet sich nun zu einem Ausdruck. Der Ausdruck ist niemals die Wirklichkeit selbst, sondern etwas Neues. Du kannst eine neue Ausdruckswirklichkeit schaffen, wenn du dir darüber bewusst bist. Du musst aber wieder in die Wirklichkeit zurückkommen, damit neue Eindrücke in der Resonanz erzeugen können. Das ist nur durch Bewusstheit möglich. Die meisten Menschen geben sich einer längst vergangenen Wirklichkeit viel zu lange im Nachhall des Traumes hin, während die Wirklichkeit draußen weiterläuft. Geh mit der Wirklichkeit und reflektiere sie als lebendigen Ausdruck. Verweile nicht zu lange bei deinen Träumen. Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Nicht zu lange bei den Träumen verweilen, sondern Eindruck und Ausdruck bewusst leben. Dann bringt auch der Schlaf die erforderliche körperliche und seelische Erfrischung. Wer Eindrücke bewusst zum Ausdruck werden lässt, befragt sich davon in der Verfassung der Bewusstheit. Die Folge ist, dass er anders träumt, denn er ist innerlich rein und klar. Große Künstler sind keine Träumer. Picasso zum Beispiel war kein Träumer. Er durchlebte den Eindruck und Ausdruck ganz bewusst. Malerischer Ausdruck war für ihn kein Tag träumen, sondern ein schöpferischer Gestaltungsvorgang. Eine Veränderung der Wirklichkeit. Ganz bewusst mit hellwacher Absicht. Picasso war ein bewusster Ausdruckskünstler. Kein Träumer. Er muss einen festen, erfrischenden Schlaf gehabt haben. Er hat jeden Tag alles, was ihn beschäftigte, erledigt. Es blieb kein Rest von Angst, Aggression oder Wunschvorstellung. Er war jeden Tag mit dem Tag fertig. Wenn du jeden Tag die Eindrücke des Tages ausdrückst, sie seelisch und geistig verarbeitest, dann ist dein Schlaf erquickend und die Träume können dich nicht beunruhigen. Du brauchst sie nicht, um dich selbst besser kennenzulernen, denn du kennst dich. Wer sich tagsüber nicht ausdrückt, wer die Eindrücke innerlich aufstaut, wird nachts von den Eindrücken verfolgt, denn der Traum holt nach, was am Tag nicht mit Bewusstheit geschehen ist. Wenn die Nacht dafür nicht ausreicht, dann träumst du auch am Tag. Du verlierst dich in einem seelisch-geistigen Prozess, der dich ermüdet. Werde ganz bewusst und du fühlst dich frisch, vital und gesund. Eindruck und Ausdruck müssen ein einheitlicher Lebensvorgang werden. Es darf keine Störung oder Unterbrechung geben, damit du mit dir selbst in Einklang bleibst. Der Traum ist ein Nachholvorgang seelischer Verarbeitung. Verarbeite deshalb alles, was geschieht, sofort und bewusst. Dann bist du frei. Nichts belastet dich mehr. Du bist am Tag wach und frisch und in der Nacht schläfst du fest und traumbedeutungslos wie ein Tier. Die Traumhäufigkeit in der Nacht nimmt zwar nicht ganz ab, aber die Trauminhalte belasten oder bedrücken dich nicht mehr. Sie nehmen eine gesündere Qualität an. Du brauchst dich nicht mehr in deinen Träumen kennenzulernen, wenn du dich in Bewusstheit kennst. Was ist die richtige Erziehung? Ich erziehe manchmal autoritär, dann wieder unautoritär. Klaus, 35 Jahre, Betriebswirt, verheiratet, zwei Kinder, zehn und sechs Jahre alt. Klaus, ich möchte mir Rat zur Erziehung meiner beiden Söhne einholen, in der Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist. Die Kinder machen mir große Schwierigkeiten, besonders der Älteste. Er ist einerseits ängstlich, aber auch sehr aggressiv. Er widersetzt sich, er besteht manchmal nur aus Protest und weder im Guten noch durch Zwangsmaßnahmen oder Bestrafungen ist er lenkbar. Vielleicht habe ich den Fehler gemacht, einerseits nachgiebig zu erziehen, dann aber wieder streng und autoritär. Das war sicherlich grundfalsch. Ein Kind, das einerseits Freiheiten erhält, die es ausleben kann, aber andererseits Freiheiten streng beschnitten bekommt, wird unsicher. Die Eltern sollten einen einheitlichen Erziehungsstil praktizieren. Ich halte nicht viel von autoritärer Erziehung, die mit Zwang, Disziplinierung, mit Geboten und Verboten auf das Kind einwirkt. Aber es ist besser, wenn ein Stil konsequent praktiziert wird, als ein ständiger Wechsel zwischen Zwang und Nachgiebigkeit. Das Kind möchte sich orientieren. Es will wissen, woran es ist. Es sucht nach Klarheit und Eindeutigkeit. Eine autoritäre Erziehung schafft Eindeutigkeit. Das Kind hat die Möglichkeit, sich der Disziplin aus Angst vor Strafe zu unterwerfen. Oder es kann dagegen rebellieren. Selbst wenn es ständig dagegen rebelliert, ist das besser, als wenn es ständig schwankt. Weil es sich aus der Rebellion entwickeln kann. Sich selbst dabei intensiv kennenlernt. Der autoritäre Erziehungsstil eignet sich dafür, einen angepassten Menschen, aus Angst oder einen Rebellen, offene Aggression als Folge der Angst, heranzuziehen. Angst und Aggression sind die seelischen Probleme autoritär erzogener Menschen. Der autoritäre Stil bringt für das erzogene Kind und die Gesellschaft große Probleme mit sich, die von den meisten nicht erkannt werden. Die unautoritäre Erziehung lässt dem Kind mehr Freiraum und Spielraum, sich selbst und die Umwelt zu erfahren. Dieser Erziehungsstil ist für die Eltern viel unbequemer, weil das Kind viele Erfahrungen selbst sammeln muss und die Eltern anschließend wissbegierig danach fragt, was richtig und falsch ist. Das Kind möchte sich orientieren. Eine Erziehung durch Gebote und Verbote ist einfacher. Es gibt keine Diskussion. Fragen werden nicht beantwortet. Es geht um Gehorsam. Basta. Anderenfalls wird bestraft. Eine Erziehung ohne Zwang und Druck, ohne Bestrafung, führt dazu, dass das Kind alles selbst ausprobiert, zwangsläufig viele Fehler macht und viele Fragen stellt. Das ist den meisten Eltern lästig, weil sie nicht genug Geduld und Zeit für ihre Kinder haben. Die beste Erziehungsweise ist eine Erziehung mit viel Liebe. Wenn man sein Kind von Herzen liebt, dann besitzt man automatisch die erforderliche Aufmerksamkeit, die das Kind braucht. Liebe ist geduldig und tolerant. Durch Liebe ist es möglich, dem Kind die Freiheiten zu gestatten, die es braucht, um sich selbst zu finden und sich selbst zu erfahren, auch in gefährlichen Situationen. Das Leben ist gefährlich. Gefahren lauern überall. Man kann nicht alles verbieten, nur um das Kind zu schützen. In einer sterilen, gefahrlosen Umwelt kann das Kind nichts über sich und das Leben lernen. Das Kind sollte sich so entfalten, wie es ihm gemäß ist, nicht so, wie man selbst es sich erträumt. Man darf nicht den eigenen Ehrgeiz auf das Kind projizieren, damit es ein Renommier-Kind wird, damit man mit ihm angeben kann. Ein Kind sollte nicht brav sein, sondern natürlich. Es ist natürlich, dass Kinder neugierig sind, alles kennenlernen wollen. Kinder kennen keine Tabus. Sie sind im höchsten Maße schöpferisch. Viel schöpferischer als die meisten Erwachsenen, die ihre Kreativität durch Konvention und Anpassung geknebelt, unterdrückt und versteckt haben. Das Schöpferische des Kindes ist für den Erwachsenen anstrengend. Ein natürliches, frei erzogenes Kind hat aus dem Augenblick heraus unerwartet eine spontane Idee, mit der der Erwachsene nicht rechnet. Er muss sich wach und bewusst auf ständig Unvorhergesehenes einstellen. Das freie Kind ist undiszipliniert, es kennt keine Routine. Der disziplinierte Erwachsene ist in einem Routinekreislauf erstarrt. Er fühlt sich von der Schöpferkraft des Kindes überrollt und bedroht. Er wehrt sich gegen das Kind, Kraft seiner Autorität, Liebe zu geben oder zu entziehen. Das Kind zu loben oder zu bestrafen, es in Sicherheit zu wiegen oder ihm Angst zu machen. Diese Autorität ist Gewalt. Das Schöpferische des Kindes wirkt auf den disziplinierten Erwachsenen anarchisch und er hat Angst vor dieser Spontaneität. Angst fördert nicht Liebe, sondern Aggression. Der autoritäre Erziehungsstil ist ein aggressiver Stil. Um die schöpferische Energie des Kindes akzeptieren und mögen zu können, ist viel Liebe erforderlich. Eine Liebe, die ich in meinem Buch die Liebe beschrieben habe. Die meisten Eltern sagen natürlich, ich liebe mein Kind. Sie sind entrüstet, wenn man ihnen sagt, du hast Angst vor deinem Kind, du liebst es nicht wirklich. Das kann man so unverblümt keiner Mutter und keinem Vater ins Gesicht sagen, obwohl es die Tatsache ist. Es bricht sofort ein Sturm der Entrüstung und der aggressiven Verteidigung los. Du solltest dir weniger Gedanken um den Erziehungsstil machen, sondern deine Kinder lieben. Nur aus der Liebe heraus ist es möglich, die Unbequemlichkeit auf sich zu nehmen, die schöpferische Seele des Kindes zu verstehen. Verständnis erwächst nur aus Liebe. Ein Kind, das ich nicht liebe, soll sich möglichst still und ruhig in eine Ecke verziehen, damit ich es nicht wahrnehme. Empfinde ich jedoch wirkliche Liebe für mein Kind, dann beobachte ich es aufmerksam mit Freude. Ich verfolge seine positiven und negativen Erfahrungen und ich fühle mit seiner sich entwickelnden Seele mit. In Liebe ist Erziehung faszinierend, etwas Schönes, eine Bereicherung. Bei fehlender Liebe ist Erziehung eine Belastung, ein großer Streit.